Je multipler die Bedürfnisse des Touristen sind, die er mit dem Aufenthalt befriedigen will, desto größer werden tendenziell der Aktionsraum und damit die Destination. Gleichzeitig wirkt der oben dargestellte Zusammenhang zwischen dem für die Distanzüberwindung notwendigen Aufwand und der Destinationsgröße, wonach es gegebenenfalls zu einer Ausdehnung der Destination und des Reisezweckes zur Rechtfertigung der Kosten kommen kann.